Hallo alle, wir sind Anna und Joel vom VfL Wolfsburg und wir folgen euch zur Step Bravo Bewegungs-Challenge heraus. Für uns geht es an diesem Wochenende zum Auswärtsspiel zum SV Werder Bremen. Schafft ihr es gemeinsam als Klasse, den Weg hin und zurück nachzulaufen? Macht euch drauf gefasst, es sind 400 Kilometer. Ihr seid gut drauf. Wir sind sehr gespannt, ob ihr mehr als 400 Kilometer schafft. Jetzt seid ihr dran. Legt los und zeigt es uns!